So, willkommen zum nächsten Abschnitt, Paragraph 11, und der heißt Glücksspiel. Ja, also eine wichtige Anwendung von der Storstik, es rausfällt, ob ein Glücksspiel fährt oder nicht. Ja, kommen wir mal an mit einem Beispiel. Da ist einer, Glücksspiel. Jemand bietet Ihnen ein Glücksspiel an. Man würfelt mit zwei Würfeln, hier sind welche. Ist die somit auch im Zahn gerade, so wie hier jetzt, so gewinnen Sie so viele Euro, wie Sie gewürfelt haben, also zwölf in diesem Fall. Das ist die Auszahl ungerade, so verlieren Sie so viele Euro, wie Sie gewürfelt haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel neun gewürfelt hätte, dann würde ich neun Euro verlieren. Ist das Spiel fair. Mal gucken, ob das fehlt. Also, überlegen wir mal Lösungen. Okay, also, wir betrachten alle Möglichkeiten. Okay, also, wie viele Möglichkeiten gibt es. Na, der erste Würfel kann sechs Möglichkeiten haben und der zweite Würfel kann auch sechs Möglichkeiten haben. Ich mache mal so eine große Tabelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, hier ist der Würfel 1. 1, 2, 3, 5, 6. Und hier ist der Zweivürfel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also hier, zweiter Würfel, zweiter Würfel. So, und jetzt überlegen wir, was passiert. Ja, wenn ich also zweimal ne 1 würfel, dann habe ich ne 2, das ist ne gerade Zahl. Also die geraden Zahlen, die sind gut. Da gewinnen wir. Also kriegt man hier 2 plus. Ja, wenn es jetzt 2 und 1 wäre 3, das ist ungerade. Ungerade ist schlecht, da verlieren wir. Ja, also kriege ich hier minus 3. Und dann kommt plus 4. Minus 5. Plus 6. Minus 7. Und dann 8 plus, kommt wieder nicht mehr so oft vor. 9 minus. 10 ist wieder mit plus. 12 ist auch plus. Das sind also alle Möglichkeiten. Und was wir wissen wollen, ist jetzt, wie viel Gewinn wir im Durchschnitt. Ja, alle diese Sachen sind gleich wahrscheinlich. Ein bisschen nach Glasraum. Also, wo können wir den Durchschnitt ausrechnen. Dann wissen wir, wenn das positiv ist, ist es gut für uns. Bei 0 ist es fair. Und bei Minus ist es nicht für uns. So, also, wie viele Sachen gibt es denn? Also, zunächst mal die 2 zähle ich zusammen. Ja, diese 2 mal da. Und die zählen plus. Jetzt kommen die 3. Also Minus. Und wie viele gibt es davon? 2 Stück. Minus 2 mal die 3. Ja, jetzt die 4 ist 3 mal. Plus 3 mal die 4. Und dann Minus 4 mal die 5. Wenn sie 1, 2, 3, 4. Dann plus 5 mal die 6. Minus 6 mal die 7. So, hier sind wir jetzt hier, dass die 7 kommt am meisten. Vorbei der 8 geht es wieder runter. Also, plus 5 mal die 8. Minus 4 mal die 9. Plus 3 mal die 10. Minus 2 mal die 11. Und plus 1 mal die 12. Gut. Das alles müssen wir zusammenzählen. Und dann teilen wir das durch 36. Ja, das ist dann der Durchschnitt. Ja, okay. Rechnen wir mal weiter. Jetzt machen wir so diesen Trick mit von oben und unten. Hier ist 1 mal 2 und hier ist 1 mal 12. Also insgesamt ist es 1 mal 14. Ja, 1 mal 14. Und hier ist es 2 mal die 11. Also minus 2 mal 14. Jetzt kommt die 4 und die 10. Das ist plus 3 mal 14. Jetzt kommt die 5 und die 9. Minus 4 mal die 14. Und dann noch 6 und 8. Plus 5 mal die 14. Und die 7 hat keinen Partner mehr. Minus 6 mal die 7. Und das Ganze teilen wir durch 36. Okay. Das ist ja schon mal ein bisschen besser. Jetzt können wir die 14 ausklammern. Das ist 14 mal. Jetzt mache ich die Zahlen mit den Farben. Also die 1 war gut. Die 2 war schlecht. Also 2 mal minus plus 3 mal minus 4 mal plus 5 mal 14. Und dann noch minus 6 mal die 7. Und das Ganze geteilt in 16. Okay, jetzt können wir das zusammenzählen. 1 plus 3 ist 4, plus 5 ist 9. Minus 6 ist 3. Ja, also es ist 14 mal 3. Das ist noch gut. Aber dafür muss ich minus 6 mal 7. Und das Ganze durch 36 teilen. So. Und jetzt kommt der. Rechnen wir auf. 3 mal 14 ist 30, 42. 42 Euro gut. Minus 6 mal 7 ist auch 42. Minus 42. Und dann bis 6 mal 7. Also. Und wenn ich das teile, dann ist das einfach nur. Also. Also. Okay. Okay. Gut. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Im weiteren Kapitel wollen wir jetzt mal analysieren, was wir hier eigentlich gemacht haben. Wie man das mathematisch beschreiben kann. Und dann bis 6 mal 7 mal 7 mal 8 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 mal 9 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 mal